ja allem hallo und das ist mein chanel tta so meine freunde weiter geht's mit barn finder ich will mir noch anschauen diesen beta krieg nennt diesen verpackten beta krieg das will ich mir heute auf jeden fall anschauen und euch viel spaß mit video so hier haben wir sogar noch als job drinnen warum auch immer lasst mal gucken auch wenn ich die halte noch mal kaufe auch wenn da nichts mehr drin ist dieses auto haben man kaffee da war ich schon richtig bis ich drauf sie gewonnen hat obwohl nichts gekauft hat warum warum diese warum diese warum du und warum du war zum sommerkamp suchen ja ja schön so mir egal wir starten noch mal ja ja kennen wir schon alles daxamenta und so weiter und jordi natürlich vom lernen garage von mir aus ich kauf dir noch mal ich habe nur bei mir ein bisschen saut leiser gemacht was los hier wir kaufen von mir aus die noch mal hier ist eine uhr schon wieder das ist ein bug so damit hätten wir eigentlich schon gewonnen hier ist so 100 ja 380 waschmaschine hier die schilder sind wieder nicht da ne ihr habt ihr doch oder habe ich die alte zerstört nee ich habe die nicht alle zerstört so da gehe ich nicht noch mal rein ich habe gehört das soll verpackt sein wenn du einmal jetzt drin bist kommst du nicht mehr raus weil der ellen nicht mehr da sein wird deshalb machen wir erstmal hier Tee ja zähl jetzt runter jetzt will keiner hey klick und schwer mit der garage gekauft geil wollte ich schon mal machen oder hat sich hier was gespawnt ich habe Toilettenpapier ist aber nicht da ne da haben wir schon eingesammelt hier sollte der eigentlich sein das kaufe ich alles doppelt hier oder was ich werde das wahrscheinlich jetzt abkürzen hier geht mir rein um das Fahrzeug da so wir sind schon mal erster ne da unten unten siehst du Bitterkrieg unten rechts so mehr fast unten so mehr so an die Ecke da unten rechts wir sind auf ersten Platz schon mal allein schon wegen dieser Gute tatsächlich rein da so hier läuft es nicht aus dass du kaufst hier war schon schön so hier ist es ich weiß ganz genau das hier ist alles Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bisschen so. Das kann man so lassen als Erinnerung. Bisschen so. Oh, sieht schon besser aus. Reicht noch nicht? Dann machen wir noch ein bisschen so. Und ein bisschen so. Besser. Und jetzt sind wir gleich pleite. So, okay. Also, gehen wir schlafen. Das würde ich mal vorschlagen. Und gehen wir zu diesem einen Bonus-Level da. Genau. Jetzt gehen wir zum Bonus-Level. Und holen noch da unser Zeug. So, ähm, Barnhub nachherin. Was war hier? Hey, Barnweiner. Hallo. Erinnert ihr euch an die alten Zeiten? Nein. Alles, wie viel Spaß beim Sommercamp hatten. Erst recht nicht. Wir waren da alle besoffen. Bevor ich die Chance hatte, einen dieser abgefahrenen Rucksack zu gewinnen, haben sie das Camp geschlossen. Da nur nachherin. Haben wir so schnell im Dach gefeit. Wahrscheinlich haben wir da alles zerstört. Und die waren gezwungen, da zu schließen. Das könnte gut möglich sein. So, könntest du mir solch einen Rucksack besorgen? Nicht vergessen müssen, was los hier. Ich wäre dir sehr dankbar und zahle auch dafür. Na gut. Für 400 soll ich deinen Rucksack wieder zurückfinden? Oder... Ach, nee. Ja gut. Ich hab mich verstanden. Also, er schreibt uns natürlich, da ist ein Rucksack. Aber im Wahrheit ist es sein Rucksack. Er hat nur keinen Bock, das zu suchen. Weil er geschlossen ist. Deshalb gehen wir... Sommercamp. Und das wäre, wenn wir hier klicken, ne? Ich glaube, das wäre schon unser Urlaub. Das wäre Ende des Spiels. Deshalb gehen wir erstmal zu dieser Sonder... Sonder... Ähm... Ähm... Location. Und machen wir einfach Reisen, so. DLCs muss ich mir noch angucken, was da so alles rauskommt. Bei beiden Finals. Also, an sich... Das Spiel ist schlecht. Das macht schon lauter, so. Okay. Verkaufen ist zwar eintönig. Ist okay. Ist okay, finde ich. Sommercamp. Benutze eine Axt, um Schott zu zerstören und Ressourcen zu gewinnen. Sommercamp. Monetär, короче. Gute alte Zeiten. Und da ist Rucksack in der Mitte. Hab ich schon gesehen. Was willst du? Willkommen im Sommer. Heute werde ich dein Scoutmaster sein. Ich bin im Büro, falls du verschwinde. Er verschwinde. Er verschwinde. Ähm... Weiß nicht, kann sein... Oder... Ich werde es mir überlegen, wie ich mache. Das mit einem Beta-Klick wird ich wahrscheinlich so einen kleinen Abschnitt zeigen. Oder als Folge. Mal schauen, wie es lang hier sein wird. Also, deshalb... Ähm... Ja. Oder ich mache wahrscheinlich das vorher... Als Bonus-Folge. Könnte man auch machen. Ähm... So. Sieht... Ähm... Nicht gerade klein aus. Deshalb zerstöre ich erstmal diesen Tisch. Und schon haben wir mehr Überblick. Jetzt sehe ich dieses Haus sogar, ne? Boah, dieser Tisch gestört. Ich erzähle natürlich wieder so eine Scheiße, aber... Das muss man mir schon gewohnt haben, ne? Dass ich einfach nur Blödsinn erzähle. Weil... Ist halt so. Ist halt so. Alles mysteriös. Alles schwebt rum. Du zerstörst den Tisch. Apropos... Apropos... Ähm... Mach das. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn es bei dir geklappt hat, mache ich das bei mir dann auch. Lady Dragon, verschwind, das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Willkommen. Ich muss hier alles zerstören. Wieso kann man dich nicht zerstören? Ich brauche einen Metallschrott. Komm. Mann. Frau. Mann. Frau. Ich bin ein Dragon. Mal glauben, ob es Mann oder Frau ist. Das ist mein Frau, aber redet wie Mann. Glaub ich. War das die, oder? Siehsten? Redet wie Mann. Okay. Ich könnte auch nur... Ja gut. Will ich nicht näher drauf eingehen. Jeder kann sich denken, was er, sie gemacht haben könnte. Damit er sie so aussieht Mit Seiner ihrer Stimme Und Mir fehlen da die Worte Und genau so, pass auf, pass auf So gehst du in die Küche, zerstörst diesen Tisch Und dann guckst du, ob der Teller immer noch schwebt So machen wir das Dann schreibst du mir in den Kommentar, ob das geklappt hat Und ich mach's genau so hier Okay, hier hat's nicht geklappt Also funktioniert nicht öfter, es kann sein, dass du mehrere Tische brauchst Bis es mal klappt Oh, gute Hörd diese Genau so einen hatte ich, als ich mal umgezogen bin Mein erster Hörd Genau so, einfach so eine Platte Kann man viel damit machen Mal, äh, Shishakohle, äh, klar machen, weißt du Oh, da kochen kann man auch ab und zu Wenn man mit Zigaretten ist und kein Feuerzeug Man kann sogar damit Zigaretten anziehen, glaubt mir das So Das zerstören wir noch alles Ganz schrott Hier ist was Hier ist nichts Das noch Das noch Das auch noch Das auch noch Und dann werden wir auch hier Schauen Fertig Jawohl Jawohl, wir sind hier fertig Das nehm ich noch mit Ihr könnt Oben rechts sehen, warum ich nicht mehr so viel Schrott einsammle Ich hab Und Teilschrott über 7000 Über Holz Von Holz Ah, guck mal Die Zahlen passen sogar nicht mehr rein da Vielleicht ist es nicht 7766 Ja, okay Holz 1270 Und Seil 553 So viel reparieren werden wir auch nicht mehr, denke ich mal Da brauchen wir auch nicht mehr so viel Deshalb sah ich ja auch nicht mehr so viel Schrott Das, was ich noch nehmen kann So In Eilgang quasi In Schnellgang In Eilgang In Fmax Das nehm ich halt noch In G0 und in Fmax Was ich noch nehmen kann Das nehm ich noch Uh Dieser Eimer bringt Viel Oh, frisch gewischen Okay, 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 okay Frisch gewischen Müssen wir vorsichtig sein So Mein Poster, machen wir die Taschenlampe an Damit ihr auch wiedersehen Vielleicht Ich war wütz Bisschen erschrocken war ich jetzt tatsächlich Ist das Horrorspiel oder was hier Sag doch Bannfeine ist alles Da machst du auf Und auf einmal sind da Füße so Das ist Bannfeine Bannfeine ist alles Okay, hier ist nichts Und da ist Scheiße Daneben Hat jemand Nullpunkt falsch verschoben Um einiges Falsche Positionen angewählt bei Born Das noch weg Das noch verkaufen Dieser Alien Schild Ist Auch was wert Deshalb nehmen wir das auch Und das war es auch schon Deshalb Gehen wir diesen Verlassen wir diesen Ort Den Horror Ort Und hier haben wir noch Freie Duschen Ja, ja Ich hatte die ganze Zeit Das geben wir auch nicht auf den Sack So Dann haben wir das jetzt auch schon Lager vollzustellen Geht nicht So Haben wir das auch schon Hinter kann man Alter Bitte Was machst du hier Ich denke Noch irgendetwas Kann man da jetzt Da war doch was Ich habe was gesehen Da Da ist was Warte 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 Wie gesagt Warte 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 Kann man ja raus Kann man ja auch nicht raus Oder Mach auf. Mach auf. Ey, das... Warte. Da ist was. Da. Da steht doch jemand. Kommt man da rüber? Unsichtbare Wand. Okay. Ich könnte mir dir wirklich wetten, man könnte irgendwie rüberkommen. Warte. Da. Da ist jemand. Kann man irgendwie hier ranzoomen oder so? Nein. B geht auch nicht. Das wäre Pferdenglass. Gerade. Mann. Okay. 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 Und dann vielleicht irgendwann mal... Man könnte ja die alte Gegend ja wieder besuchen. Ich muss mal gucken, ob da so ein Cheat gibt. Zum Beispiel wie... Bauen Sie Zelt nach Anweisung auf der Bord zu gewinnen. Auf der... Machen wir uns Tunnel Zelt. So. 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 So ein hab ich. So ein hab ich. Warte. Machen wir so einen. So machen wir so einen. Ja gut. Machen wir so einen. A. Ach so. Warum sagst du mir das nicht gleich? Mann. Hallo. Hallo. Was steht jetzt? Mann. So. ich komme ins büro und abzeichen ja ja da kann man da ist auch was wahrscheinlich wird das das ist bigfoot da hallo da wahrscheinlich wird es ein bisschen länger hier dauern deshalb wird es vielleicht auch zwei folgen sein denke ich mal style ich auf alles schnauze okay interessant interessant so mit der krieg lasse ich wahrscheinlich drin das ist ja eh schnell gemacht oder absträger gelassen du weißt es ja jetzt besser als ich gerade momentan jetzt noch auch zu wissen was ich gemacht habe jetzt weißt du besser was ich gemacht habe ich noch war noch nicht weiß was ich mache werde und du weißt es schon weil du dieses video siehst verstehst du kannst du mir nicht folgen mir folgen da kannst du bigfoot ist du brandweiner hat sogar bigfoot die gitarre hat überstlang gebraucht bis die bigfoots haben es kam erst in gitarre 5 raus eher nur weil michael da irgendwas komisches ist und sich in bigfoot verwandelt sich in bigfoot verwandelt sich in bigfoot verwandelt sich am aber es ist eher so illusion was er erlebt so nachwirkung erlebte da was da kam ab geht der fünf bigfoot rein hier haben wir haben sogar mehr spuren da hast du ihn gesehen das überhaupt bigfoot ist wenn er steht obwohl dieser der bald in meinen laden reinkommt das ist ein bigfoot ja bigfoot dahin gut hierhin bigfoot ich zerstöre dein feuerholz bigfoot sauf nicht soviel so was willst du willst du mir das jetzt auch verkaufen ist das aktion ja ich erinnere mich an diese jaja lass mich hoch wo sammeln objekt brauchen brauchen was wir brauchen eine kamera da können wir gucken was da ist hier sind leute man überall stecken wir bitte ab so hier ist scheiße nebenan aus scheiße hier wird man sein okay okay ohne kommentar ich sag doch nicht umsonst heißt es ab ich hoffe du ist gerade nicht aber nicht umsonst heißt es abseilen was ist das kompass ich komme gleich zu dir ich habe eine axte damit aus der seile gewinnen und metallschrott und holz auch ich werde diese kamera so was war jetzt wir haben das aufgebaut und was will der jetzt von uns damit so was habe ich gemacht habe ich gemacht einfach nur abzeichnungen vielleicht ist ein schlüssel oder so müssen wir tatsächlich mal vorbei gucken mal schauen ich zerstöre es mal hier alles hier brauchen wir auf jeden fall auch so eine kamera denn dann können wir schelfen was da ist so ist abgeht da machen wir so wo ist dein büro sagt mir wo ist schnell sagt mir wo dein büro ist schnell sagt mir möchtest du hinternis parkour ich will es mal starten warum auch nicht dabei okay 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 hey lass mich durch geht auf zeit ich bin bahnfeinde ich muss sachen nehmen das ist ein hindernis das ist ja kein problem auch wenn die sachen hinweg machen die muss ich erst einsammeln weißt du das schwerste was bei ein bahnfeinde überwunden muss es kann doch nicht so schnell überwinden so keine sachen vergessen muss das erstmal verkaufen okay 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 ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe ja komm her man man das ist nicht so einfach wie es aussieht ne weiss was es ist oh he 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 nicht schlecht 40 sekunden schnell 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 mann 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 Was? Wohin? Ja, wohin? Hier hin! Okay, hier hin. Okay. Nicht schlecht. Tatsächlich nicht schlecht. Haben wir jetzt geschafft? Ja. Er hat gesagt, komm, Büro vorbei für Abzeichen. Also haben wir geschafft. Können es sein, dass diese Abzeichen auch diese Kameras sind. Könnte sein. Muss zwar nicht sein, aber könnte sein. Aber es muss nicht sein, aber es könnte sein. Glaub mir das. Das könnte sein, muss aber nicht sein. Verstehst du diese? Ich auch nicht. Aber könnte sein. Muss zwar nicht, aber es könnte sein. Weiß. Weiß, dass es sein könnte, aber ich weiß nicht, ob es sein könnte. Und hier sind Luftballons und dieser Müll da. Meine Fresse, waren wir das damals? Noch unser Müll, dieser. Nimm doch. Genau das meine ich. Das ist ein bisschen nervig hier. So, aber kann... Haben... Wir bauen irgendwelche Menschenteile. Oder wir finden irgendwelche Menschenteile. Gut, das sind Dummies. So. Vielleicht auch zusammen... Bauen. Jetzt nicht jedes Einzelne hier. Das nehme ich mit. Weiß, braun, nachher. Gib mir Abzeichen. Was? Hier, hast du dir verdient. Ja, und weiter? Wo ist die Kamera? Oh, Schlüssel nehme ich mit. Stille brauchst du eh nicht. Guck mal, du stehst eh keine Zeit. Du sitzt nicht, deshalb. Nehme ich auch mit. Brauchst du alles nicht, dieser. Brauchst keine Bilder. Da, habe ich gesehen. Das ist was für Jodi hier. Ah, das kann ich nicht verkaufen. Das nehme ich mit. Brauchst du auch nicht. Guck mich nicht so an. Das ist meine, diese Hitze. Oh. Mach bitte Taschellampe an. Was ist hier? Hier ist nichts. Nichts hier. Hier, so, das verkauf ich noch. So. Schon sieht es bei dir viel besser aus, Bobby Gray. Also, nichts zum Danken, ne? So, dank mir einfach später irgendwann mal. So. Was mache ich jetzt mit dieser? Nein. Ähm. Äh, genau. Hier. Verschlossen. Boah. Dieser. Nicht verschlossen. Verschlossen. Das ist die Diopas Spinschrank. Das ist Inside, ne? Ja, das ist ne Ball. Helm. Helm. Leben unter Schweine? Ne. Handbuch der schwarzen Magie. Ach, da wird der Leben unter Schweine. Ziemlich bekannteres Buch. Hier am Bannfinder. Ach so. Ganz. Lies mal. Zur Bibliothek. Jetzt geht zur Bibliothek und frag mal nach Leben unter Schweine. Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Soll aber gut sein, habe ich gehört. So. Äh. Okay, hier noch. Was ist da? Nichts machen. So. Egal, egal, egal. Egal, egal, egal. So. Du willst Tarker Scout Rucksack haben. Dafür musst du die drei Scout abzeichnen bei verschiedenen Aufgaben verdienen. Ja. Okay. Ich habe es ja verstanden. So. Fire Pit. Das haben wir. Das haben wir. Was haben wir noch nicht? So. Warhouse Code. Was haben wir noch nicht? So, hier ging es nicht rein, oder? Jetzt geht es hier rein. Brauchen wir noch Kameras. Ah. Komm gleich. Da. Da. Da ist einer. Einen haben wir. Brauchen wir noch mehr. Ja. Ja. Und vielleicht kann man den immer wieder mitnehmen. Das war erst mal. Goldenes Klopapier gefunden. Und mehr gibt es hier auch nicht, ne? Außer Müll. Höhle auf jeden Fall. Ja, sieh sie. So. Jetzt lass mal gucken, ähm. Kannst du halt immer da so sehen. Oben ist nichts, ne? So. Und zwar hier. Da drüben. Können wir von da sehen. Um da hoch zu kommen. Brauche ich eine Leiter. Die Leiter. Ist hier. Wollen wir endlich sehen, was da ist, ey. Ich hoffe, die Kamera. Können wir mitnehmen. Ah. Ich finde Bigfoot mit Hilfe von drei Beobachtungspunkten. Beobachtungspunkte des Rangers und mache dort jeweils ein Foto mit Zoom. Um das Tra... Äh. Trackerabzeichen. Okay. Da. Bigfoot. Ja. Ja. Wir können das wieder mitnehmen. Lass mal nochmal gucken. Äh. Der Müll. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Das ist unser, äh. Abzeichen. So quasi. Also. Letzter, äh. Letzter Dings hier. Ähm. Ähm. Du verstehst schon diese letzte, äh, 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 Prüfung, Test. Keine Ahnung. So quasi, ähm, ja. Bigfoot. Noch einen. Vielleicht nicht so schwer. Aber ich habe dir doch gesagt, du weißt was. Du hast mir nicht geglaubt. Hab ich gemacht. Du hast mir nicht geglaubt, du. Zwei oben, ne? Zwei hier. Genau. 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 Jordi. Oh, was der Jordi gebracht hat. Bigfoot raucht mit dem zusammen. Oder nicht? Hmhm. Na doch. Okay. Wollen wir unsere letzten Abzeichen hier? Oh, diese Büro noch mal. Äh, da war, da irgendwo. Nein. Habe ich schon gemacht. Gewonnen, diese. Da hier. Das will ich auch verkaufen. Oh, ist Abzeichen. Jawoll. Ja, ich weiß, ich hab's mir. Ja, ja. Da. Komm runter, da. Das war's kaputt. Da. Ah. Okay. Okay. Ich weiß nicht. Wie kann man nicht den Käfig einfach so hochheben? Oh, der hat keinen Boden. Wie aussieht. Ah, nee. Der, dieser Käfig. Ja gut, ja, ja. Jetzt weiß ich, was hier ist. Dieser Käfig ist weit unten in Texturon anscheinend. Hier, das ist der Boden von Käfig hier in der Mitte. Okay. Okay. Wir hätten tatsächlich jetzt ein Gegenstand link. Ein Gegenstand fehlt noch. Ich glaube, ich habe diese Gegenstand gefunden. Ich höre mich da hoch. Natürlich wieder, ah, es zerstört, was geht, ne? Gleich, gleich, gleich. Das ist dieser Gegenstand, auf jeden Fall. Glaub mir das. Ja, siehst du? Und jetzt können wir abhauen. Sowas hatte ich schon mal. An irgendeinem Posten, Holzposten, war halt so ein Hut drauf, weißt du? Und da habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und das war ganz halt auch diese Gegenstand, was ich auch übersehen habe. So, okay, ja. Ich bin mir sicher. Wir haben 20 von 2. 20 Auftragsgegenstände. 1 von 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 von 3. Jawoll! Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich habe es gemacht, ich habe alles gesehen. Nur zum Schluss ein bisschen spannend machen. Ich wusste ganz genau, dass da schon Gegenstand ist. Aber ich wollte so ein bisschen dir was vorspielen, so als würde ich, keine Ahnung, oh, scheiße, ein Gegenstand fehlt. Aber ich habe ein extra zum Schluss aufgehoben, glaube mir, dass das ist. und das sieht eigentlich total alles scheiße aus. Ah, jemand wollte neue Regale haben. Hier habt ihr neue Regale. So, dann gehen wir pennen. Wir haben alles. Wir haben alles. Sehst du? Mittwoch. Sende. Ah, ja. Muss ja auch noch senden hier. So, Auftrag, E-Mail. So, einpacken, versenden. Und das war es auch schon. Oder? Fertig. Weiß. Wir haben keine Jobs mehr. Wir haben keine Jobs mehr. Wir haben uns Jobs genommen. Wir haben meinen Job wieder. Ja, das war es auch schon. Wir haben tatsächlich auch alles. So. Wichtig ist, ich habe die Kar. Damit fahren wir nach Urlaub. So. Und, ja. Das war es auch schon. Wirklich. Das war es auch schon. Das ist jetzt wahrscheinlich die finalste Folge. Lass mal jetzt nur noch angucken. Aufteilen soll es oder nicht so. Imral. Nicht Imral. Banhub. So. Das war das letzte. Da brauchen wir auch nicht mehr wieder zu kommen. Wir haben da alles. Hier haben wir auch alles. Wir haben alles gewonnen. Deshalb. Machen wir Urlaub. Varian. Reise. Die dritte. Die dritte. Das war's für heute. So, was soll ich zum Spiel sagen, mir hat es gefallen, es macht wirklich Laune, auch wenn manche Sachen so eintönig aussehen, aber es macht, glaubt mir, dass es macht Laune, viel Humor drin, viel von jedem was drin, weißt du, so, auch Easter Eggs viel dabei, ne, äh, ja, gibt sogar Horror-Elemente, weißt du, da hat es Beinfeindes sogar besser hingekriegt als neue Horror-Spiele, was heute Tag rausgekommen, weißt du, so, also, Ich hoffe natürlich, dir hat es auch gefallen, so, wenn es so ist, mach Like, Daumen hoch ist das, ne, Like, Daumen hoch, nicht runter, wenn es abonnieren grau ist, machst du, äh, wenn es rot ist, machst du grau, ne, und kannst ruhig einen Kommentar schreiben, schreib auch deine Meinung zum Spiel, wie gesagt, also, für mich war das Spiel so richtig unterhaltsam, äh, eigentlich top, ne, also, das ist, keine Ahnung, mir hat es Laune gemacht, so, auf jeden Fall, ne, so, Unterhaltsam, und, ja, hat es Spaß gemacht, so, dabei, guck mal, was das Spiel für dich macht, der tut einfach für dich einfach schnell ablaufen lassen, so, also, Ihr könnt euch das noch zu Ende hier angucken, und ja, ciao, haut rein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.